Am Film? So, jetzt filmt's. Hallo, moin Pamarillos. Ihr seht, im Hintergrund ist ein Greenscreen. Ich bin gerade schon am Streamen. Ich wollte nur euch YouTubern auch Bescheid sagen. Alle, die Facebook nicht geliked haben oder Twitch abonniert. Ich bin gerade auf Twitch online. Kommt da rein, ein bisschen Paragon zocken und vielleicht kommen die ein oder anderen Jungs auch noch dazu. Vielleicht kann auch der eine oder andere mitzocken. Wir sehen uns. Ich bin auf jeden Fall direkt online. Also heute ist der... Was haben wir denn heute? 19.11. 16.21. Nehme ich das gerade auf. Ihr könnt direkt online kommen. Es wird ein bisschen gestreamt. Also. Bis gleich.